Ich meine, dass unser Abschnitt hier, den wir gleich miteinander betrachten werden, wahrscheinlich das stärkste Argument dafür ist, welchen Sinn Leiden hat. Warum ist es notwendig? Das ist ein Abschnitt, wo ich denke, das ist das stärkste Argument und da bringt es am stärksten auf den Punkt, wie wir mit Leiden durchkommen können oder in Leiden durch und welchen Sinn macht Leiden hier eigentlich. In Kapitel 4, Abvers 1 bis 6, wie gesagt, das ist der Abschnitt, schauen wir uns das gemeinsam an. Ich möchte das in zwei Durchgängen mehr oder weniger machen. Das Erste, ich versuche mit euch, das in diesem Kontext jetzt einzuordnen. In das, was er bisher gesagt hat, was stand vorher und was kommt eben nachher in diesen Gedankengang oder in diesen Sinn vom Brief, will ich das einordnen. Ich will nicht mehr so sehr auf die ganzen Argumentationen und Auslegungen eingehen, sondern ich habe ein tiefes Anliegen, dass es uns ganz, ganz, ganz nah ans Herz gehen soll, ganz praktisch werden soll, uns in Leiden auszurichten. Das Sinn von Leiden möchte ich euch hier an diesem Text kurz zeigen. Das Zweite ist, und da will ich noch einmal in diesen Text hineinschauen, weil ich da eine gute Hilfestellung sehe in diesem Text, die uns hilft, in dieser Welt, solange wir noch hier leben, mit Sünde und mit Versuchungen umzugehen. Wie können wir, solange wir noch hier im Fleisch leben und eben versuchbar und die Sünde erleben und spüren und versucht werden und fallen, wie können, was kann uns helfen, mit der Sünde fertig zu werden, vielleicht, wenn ich das so sage. Und ich sehe in diesem Text eine gute Anwendung, eine gute Illustration, ein gutes Beispiel, wie Petrus es uns gibt, was kann uns helfen, von den Versuchungen und auch von den Fallen der Sünde, ja, was kann uns helfen, sie zu ignorieren, sich von ihr abzuwenden und über sie zu herrschen, beziehungsweise da siegreich über die Sünde zu sein. Ich denke, dass dieser Text uns da gute Hilfe geben wird. Also diese zwei Dinge möchte ich mit euch anhand von diesem Text erarbeiten. Steigen wir ein. So, Satz für Satz gehen wir mal durch und ich versuche euch, ich versuche euch das nahe zu bringen, was ich meine entdeckt zu haben. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Petrus beginnt, dieser Abschnitt, und ich denke, deswegen bildet es eine Einheit für sich, da nun Christus im Fleisch gelitten hat. Dieses da nun, es bezieht sich auf das, was vorher erklärt hat und was vorher entfaltet worden ist. Weil Christus gelitten hat im Fleisch, darum ist es notwendig, dass wir in der gleichen Art und Weise, mit dem gleichen Denken, mit der gleichen Gesinnung, das tun, was Christus getan hat. Das ist die Anwendung in gewisser Weise. Hier kommt Petrus nochmal wirklich so zu dem Wesentlichen und sagt, okay, wir verstanden, leiden, ja, wir sollen dafür sorgen, dass wir nicht unnötig leiden, aber wenn wir leiden, weil Gott es will, das ist ein Plan Gottes, macht einen Sinn, haben wir Christus als Vorbild. Haben wir verstanden, warum Christus gelitten hat? Haben wir verstanden, wie Christus gelitten hat? Wenn wir das verstanden haben, brauchen wir das gleiche Anliegen, wir brauchen das gleiche Denken, wir brauchen die gleiche Gesinnung in Leiden, wie Christus hat. Und er sagt, wenn wir das haben, dann macht das Sinn und das wird uns zu Kraft werden, die gleiche Gesinnung, die wir brauchen. Interessanterweise sagt er, dann und Christus im Fleisch gelitten hat. Also hier geht es darum, das Leiden im Fleisch. Wie, welche Gesinnung braucht man, wenn man im Fleisch leidet? Was meint er mit dem Fleisch? Mit dem Leben hier in unserem sündhaftigen Leib, in dem Leib der Sünde. Ihr könnt euch erinnern, wir haben in der letzten Bibelstunde Römer 8 aufgeschlagen und dass wir darüber nachgedacht haben, was hat Jesus überwunden? Was ist gestorben? Und ich habe euch gezeigt, dass Jesus die Gestalt des Fleisches, der Sünde angenommen hat. In der Schwachheit des Fleisches. Das Fleisch angezogen hat, angenommen hat, das nicht in der Lage ist, eigentlich Gott zu gefallen, nicht fähig ist, schwach ist, sündhaft ist, müde, krank, all das, das hat Christus überwunden. Und Petrus sagt, Christus hat also die gleiche Gestalt angenommen wie du und ich und hat in der gleichen Gestalt gelebt, wie du jetzt auch lebst. Und wie hat er das überwunden? Wie hat er es geschafft? Oder wie hat er gelebt im Fleisch? Wie hat er gelitten im Fleisch? Warum hat er gelitten im Fleisch? Und was ist das Ziel davon gewesen? Und das ist, was Petrus sagt, das müssen wir verstehen und das wird uns helfen, selber im Fleisch Leiden zu ertragen und durchzugehen und Sinn zu bekommen. Schaut mal, dass das Wort Fleisch hier eine besondere Rolle spielt in diesen Versen. Ich nehme euch kurz hinein, schon Kapitel 3, Vers 18, taucht das schon mal auf. Kapitel 3, Vers 18, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. So beginnt die ganze Thematik. Und wenn Petrus sagt, Christus hat gelitten im Fleisch, oder er sagt, da nun Christus im Fleisch gelitten, dann bezieht er sich genau darauf. Er sagt, Christus hat im Fleisch gelitten und nicht nur gelitten, auch getötet nach dem Fleisch. Das Leiden, das er lebte, führte ihn in den Tod hinein. Oder andersrum, die stärkste Form des Leidens ist welche? Ist der Tod. Andersrum, die Konsequenz des Leidens oder das, worauf das ganze Leiden hinführt, ist der Tod. Wir können es andersrum sagen, was bewirkt das Leiden? Ist der Tod. Was bewirkt den Tod? Die Sünde. Diesen Zusammenhang stellt Petrus her und den müssen wir verstehen. Und so beginnt, im Vers 18 redet er, Jesus hat gelitten im Fleisch und starb im Fleisch. Dann schaut man im Vers 21, redet er über das Erlösungswerk Jesu, er redet über die Taufe und das, was wir in Jesus haben. Und dann sagt er aber, das Abel davon rettet jetzt auch euch, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Er sagt, die Rettung, die wir jetzt haben in Jesus Christus, darum sagt er jetzt, ist noch nicht das Befreitwerden von dem Fleisch. Er sagt, wir leben noch in der Unreinheit des Fleisches. Wir sind noch permanent mit der Unreinheit des Fleisches konfrontiert. Wir sind konfrontiert mit der Sünde im Fleisch. Das ist, als wir zum Glauben kamen, als wir in Jesus Christus gerettet worden sind, dann wurde das Sündhaftige, oder die Unreinheit des Fleisches nicht abgelegt. Es ist noch nicht fertig. Die Rettung ist nicht noch vollendet. Das ist noch nicht fertig, noch nicht vorbei. Da kommt noch mehr. Und darum spricht er, wichtig er sagt, wir sind zwar gerettet, aber wir müssen noch begreifen, wir leben hier noch im Fleisch. Und wir brauchen eine Gesinnung, damit wir in diesem Fleisch leben. Und das hat was mit Leiden zu tun. Und dann kommt eben Kapitel 4, Vers 1, da taucht es wieder auf. Da nur wir im Fleisch gelitten haben. Dann sagt er weiter, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Vers 2, um die im Fleisch noch Übrige zeigt, nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Und am Ende Vers 6, ich hoffe, ich bin da nicht jetzt zu schnell, denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber gottgemäß nach dem Geist leben möchten. Also das ganze Thema oder der ganze Abschnitt beinhaltet Leben im Fleisch. Leben im sündhaftigen Fleisch, in der Unreinheit des Fleisches und mit den allen Konsequenzen, die es mit sich bringt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, immer wieder, dieses Fleisch, Fleisch, Fleisch. Das ist das Thema für uns. Und das Leben in Fleisch bringt Leiden mit sich. Das ist, was ganz stark im Fokus liegt. Warum leiden wir? Weil wir noch im Fleisch sind. Ich möchte schon mal einen Gedankensprung wagen mit euch und das gleich mit euch anschauen. Was hat Jesus erlöst von dem Fleisch, von dem sündhaftigen Fleisch? Der Tod, richtig? Der Tod erlöst von den Leiden im Fleisch. Ich frage andersrum. Wie denken wir über den Tod? Was ist der Tod? Eigentlich ist der Tod der Höhepunkt oder die Erfüllung der Leiden sozusagen. Wenn wir sagen, Christus hat gelitten im Fleisch, können wir auch sagen, er hat gelitten und was ist die Folge? Er ist gestorben, nach dem Fleisch. Leiden im Fleisch bringt Tod mit sich. Und die Erlösung des Fleisches ist der Tod. Welche Gesinnung brauchen wir, um in Leiden aussahen zu können? Was müssen wir denken? Was müssen wir verstehen? Was für eine Hoffnung brauchen wir in uns, dass uns Leiden eigentlich nichts ausmachen sollte? Was braucht die Gemeinde Jesu, die verfolgt wird, die leidet, ja die sogar bis in den Tod leidet, für das Evangelium sogar sterben müssen? Was brauchen sie für eine Gesinnung, dass sie all das überwinden und nicht am Glauben scheitern? Es ist nicht der Glaube, okay, aushalten, 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 ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Es ist der Glaube, dass eigentlich, dass das Schlimmste, was sie uns antun können, für uns das Beste ist, was sie uns antun können. Das, was für sie das Schlimmste, was sie uns im Leiden antun können, bis in den Töten, erweist sich für uns als das Beste, was uns jemals passieren kann. Und das ist, worüber ich wirklich viel nachgedacht habe. Und ich habe mich selbst gefragt, und ich habe mich gefragt, wie unsere Gemeinde darüber denkt und wie wir die Christen darüber denken, wie viele Christen so darüber denken, dass der Tod das Beste ist, was uns je passieren kann. Ich dachte, Mensch, ist das unsere Gesinnung? Ist das unser Verständnis, dass das Beste, was uns passieren kann, wir sterben? Das ist ein bisschen komisch in unserem Denken, weil dann fängt eigentlich was an, die lebendige Hoffnung. Wenn in unserem Herzen der Glaube herrscht, dass das wahre Leben nicht hier ist, dass das eigentliche Leben nicht hier ist, dass das eigentliche Glück nicht hier ist, dass die eigentliche Zufriedenheit nicht hier ist, wenn wir in unserem Herzen diese lebendige Hoffnung haben, dass das eigentlich eigentlich im Himmel ist. Und jetzt, wie komme ich dahin? Wie kommt man in den Himmel? Ich weiß, dass wir uns alle wünschen, Jesus wird heute kommen und uns hin drücken. Ich weiß, ich auch. Glaubt mir, heute, jetzt, wäre die optimalste Stunde. Ja? Ne, meine Kinder müssten noch hier heute auch da sitzen. Die würden auch damit gehen. Das ist nicht das Problem. Ich weiß, ich weiß, dass das, und es kann sein, es kann sein, und Paulus hat es gehofft, und ich hoffe das auch, dass ich durch die Entrückung zu Christus gehe. Ich verstehe es. Aber das ist, die Chance haben sehr, sehr wenige, und die bestimmt daher, wer an dieser herrlichen Begegnung teilhaben darf. Aber der eigentliche Zugang zum ewigen Leben ist der Tod. Versteht ihr das? Wir fürchten den Tod. Wir hassen den Tod. Wir meiden den Tod. Wir verdrängen den Tod. Ich will schon an dieser Stelle sagen, aber die Leiden sind ein Merkmal des Todes. Und selbst im Tod und durch den Tod, natürlich beweinen wir den Verlust. Aber was kann uns darüber hinaus, was ist unsere Hoffnung? Oh nein, Katastrophe, der Tod hat gesiegt, der ist gestorben, ist nicht mehr da. Oder können wir sagen, wir beneiden all die, die gestorben sind. Ich schon, ja. Wisst ihr, was wir nicht beneiden? Jetzt kommt's. Wir beneiden nicht das Leiden bis zum Tod. Wir wollen nicht die Krankheit oder die Folter oder das Märtyrium oder was auch immer. Wir wollen das. Das verstehe ich. Aber ich will euch sagen, das gehört mir dazu. Gleich sage ich ja gleich, warum. Aber was Petrus macht, ist folgendes. Er sagt, ich möchte euch schon mal diesen Satz vorlesen. Schaut mal Kapitel 4, Vers 6. Ich hoffe, in diesem Sinn verstehen wir, was da steht und müssen gar nicht darüber spekulieren, ob Jesus den Toten irgendwann mal eine gute Botschaft verkündigt hat. Darum geht's gar nicht hier. Schaut mal, was er schreibt. Kapitel 4, Vers 6. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Wisst ihr, was Petrus sagt? Das ist die Hoffnung, von der wir Zeugnis geben in unseren Leiden. Diejenigen, und Petrus redet von denen, die schon tot sind. Er sagt, es sind den Menschen gestorben. Aber er sagt, wisst ihr was? Die leben. Er will damit deutlich machen, die haben schon das Bessere. Was haben sie? Sie haben zwar im Fleisch gelitten, sie haben das Leiden durchgemacht. Warum das Fleisch, und warum im Fleisch leiden, darüber müssen wir nachdenken. Es ist notwendig. Das Fleisch muss durch Leiden hindurch in die Herrlichkeit hineingehen. Ohne Leiden geht es nicht. Und dem Fleisch nach, der Sünden nach, und der Sündelohn ist der Tod. Das Fleisch musste menschengemäß gerichtet werden. Und es ist, die sind gestorbenen Menschen gemäß. Aber gottgemäß sind sie am Leben. Das heißt, das ist das Denken. Was hat Christus bewegt? Was hat Christus motiviert? Was gab Christus die Kraft? Was gab Christus die Freude? In Leiden, durch Leiden hindurch zu gehen und zu sterben. Wir wissen doch was, oder? Was war seine Hoffnung? Und sein Glaube? Der Vater wird ihn aus den Toten auferwecken und er wird sitzen zu Rechten Gottes und herrschen in Ewigkeit. Der Freude wegen der zukünftigen Dinge, des Erbes, was er empfängt, das gab ihm die Kraft, die Leiden durchzugehen. Er wusste, das ist doch erst der Anfang von dem Eigentlichen, nicht das Ende. Geht man mit mir in Kapitel 3, schaut man mit mir nochmal Vers 18 an. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig nach dem Geist. Er sagt, Christus, die Gesinnung Christi war, er hat im Fleisch gelitten mit einem Ziel, wegen unserer Sünden. Das heißt, der Grund, warum er im Fleisch gelitten hat, war der Grund, weil er wegen dir und mir gelitten hat, wegen den Sünden, die wir begangen haben. Hat er gelitten. Wie hat Christus gelitten? Wegen welche Sünden hat Jesus gelitten im Fleisch? Was meint es? Könnt ihr euch, wir gehen ja durch das Markus-Evangelium, wie hat Jesus gelitten im Fleisch? Was hat er erlebt? Jesus hat den frontalsten Angriff der Sünde erlebt, den man erleben kann im Fleisch. Jesus hat in allen Konsequenzen gespürt, was es bedeutet, im Fleisch zu leben und der Sünde ausgeliefert zu sein. Der einzige Unterschied war, es war ohne Sünde. Aber er wurde versucht und war mit aller Sünde konfrontiert. Mit aller. Doch ohne Sünde. Aber versteht ihr, Jesus kam nicht in diese Welt, kam nicht in seinem Fleisch und er lebte und dann prallte alles so an ihm ab. War ja Gottes Sohn, ja? Da kam der Teufel und dann sagt er, oh, geh weg. Da kam die Versuchung, kam die Versuchung, kam die Prüfung, kam die Prüfung und es machte ihm nichts aus. Das ist nicht wahr. Er wurde in allem versucht, in allem ausgesetzt. Aber was, wie zeigt sich sein Leiden? Könnt ihr euch erinnern, immer wieder in Markus Evangelium haben wir gelesen und dann kamen die Schriftgelehrten und versuchten ihn. Was ist das Thema beim Petrus? Was ist das Schwerpunkt? Leiden um des Evangeliums willen, Leiden durch Verfolgung, Erproben durch Verfolgung. Warum hat Jesus gelitten? In welcher Weise war er welcher Sünde ausgeliefert? Was, was hat, wo wurde er versucht? Jesus lebte den Willen Gottes im Fleisch. Er war in allem Gehorsam. Er erfüllte das Gesetz. Er tat nicht das, was die Menschen taten. Er dachte nicht so, wie die Menschen denken. Er ist nicht in jeder Sünde hinterhergelaufen, nicht jedem Strom der Heilslosigkeit. Er hat das alles nicht getan, sondern er lebte nach dem Willen Gottes im Fleisch. Richtig? Und erfüllte die Gerechtigkeit. Das verstehen wir. Das hat dazu bewirkt, dass die Menschen ihn gehasst haben. Dass die Gesinnung von dem Petrus spricht. Weil Jesus in allem den Willen Gottes getan hatte und er sagt, das ist für unsere Sünden. hat es bei den Menschen in ihnen ein Hass auf ihn erregt. Er lebte gehorsam und sie sahen, sie sind ungehorsam. Er lebte ohne Sünde und sie sahen ihre Sünde. Er lebte in Enthaltsamkeit, sie sahen ihren Ehebruch. Er lebte in ihren Reinheit, sie sahen ihre Unreinheit. In allem, was er jedes Mal, wenn er den Willen Gottes getan hat, wisst ihr, was er ihnen gebracht hat? Leiden. Mit jedem gehorsamen Schritt hat ihn das Leiden eingebracht. Wir können meinen, wenn wir Gott gehorchen, dann ist das Segen und dann geht es uns gut. Wisst ihr, was diese Stellung zeigt? Je mehr wir Gott gehorchen, umso mehr werden wir leiden. Das ist ein komischer Gedanke. Aber das ist, um was geht. Je mehr Jesus Gott an allem, was erlernte, den Gehorsam, je mehr an dem Gehorsam Gott gegenüber war, umso mehr hat es den Hass der Welt ihm gegenüber entfacht. Umso mehr hat er die Konsequenzen dieser Sünde und die Versuchen und Angriffe und Leiden bis in den Tod. Sie haben ihn umgebracht, weil er in den vollkommenen Gehorsam Gott gegenüber gelebt hat. Das ist, wovon ich denke, in dem Kontext Petrus spricht. Jetzt schaut mal, was hat das hervorgebracht? Welche Folgen, als Jesus diesen Gehorsam ging und das Leiden aushielt und bis in den Tod. Was hat es für dich und für mich gebracht? Unsere Rettung, richtig? Das war der Sieg. Darf ich euch so sagen, die größte Niederlage in den Augen der Menschheit war der größte Sieg oder das größte Leiden des Christus, der tiefste Punkt im Leiden, der Tod Christi, war der größte Sieg, der größte Triumph Gottes. Das, was in Menschen Augen die größte Niederlage ist, ist in Gottes Augen der größte Sieg. Was ist die größte Niederlage? Der Tod. Und bei Gott ist es und durch Gott in den Christen ist das der größte Sieg. Durch seinen Tod wurde uns der Größte und das Schönste und das Beste eben wurde uns zuteil. Und dann kommt Folgendes. Vers 22, guckt mal Kapitel 3. Der ist zu Rechen Gottes, nachdem in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Das ist das Ergebnis. Das ist der Höhepunkt. Jesus, nachdem er gelitten hat, den ganzen Weg und den tiefsten Punkt des Leidens er angekommen ist an dem Punkt und gestorben ist, hat das Größte bekommen, was es man geben kann. Setzen zu Rechen Gottes in dem Himmel und alle Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Wie hat sich Christus alle Mächte und Kräfte unter seine Herrschaft gebracht? Wie hat Christus die Sünde überwunden? Wie hat sich Christus der Sünde entzogen? Durch den Tod. Ich will euch so sagen, was dieser Abschnitt uns erst einmal ganz einfach sagt. Was ist unser größtes Problem? Was ist unser größtes Leiden? Was verursacht in uns das größte Leiden? Was bringt dich an den tiefsten Punkt deiner Verzweiflung? Die Sünde, oder? Wenn nicht, dann müssen wir ernsthaft darüber nachdenken, ob wir dann Kinder Gottes sind oder nicht. Darum geht es. Petrus wird gleich in dem Text uns den Unterschied zwischen Kinder Gottes und Nicht-Kinder Gottes, was ihre Gesinnung ist, was unsere Gesinnung ist. Wisst ihr, was unsere Gesinnung ist? Leiden unter der Sünde. Leiden unter der Sünde in aller Form. Ist es nicht so, wir sind müde, oder? Oder seid ihr nicht müde davon? Kämpfen, 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 kämpfen. Gerade gedacht, geschafft, schon wieder gefallen. Wir sind müde von den Konsequenzen, was die Sünde in unserem Leben macht, oder? Die Sünde macht, dass wir leiden. Die Sünde macht, dass wir sterben. Denn der Sündelohn ist der, das ist der Tod. Dass wir, ob wir körperlich oder geistig leiden, es ist die Folge der Sünde. Und jetzt sagt die Bibel, weißt du, wann du endlich das alles nicht mehr haben wirst? Wann hört der Kampf auf? Wann hört das Leiden auf? Wann hört das Kämpfen auf? Wann hört die Verfolgung auf? Wann hört die Verleumdung auf? Wann hört das endlich auf? Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Wenn du stirbst. Das ist die gute Nachricht. Aber wie kann das eine gute Nachricht sein? Die gute Nachricht, der Tod ist deine Erlösung, als ich das darüber nachdeckte und erlas und dachte, ich muss euch gleich sagen, kein Selbstwort, bitte. Wenn wir es richtig verstanden haben, müssen wir alle sagen, das war es jetzt. Bitte aus mit der Maus hier. Lass uns sterben sofort. Könnt ihr euch erinnern, was das Verlangen von Mose war, von den Propheten? Was ist das Verlangen von Paulus gewesen? Am besten wäre jetzt abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Am besten. Aber es ist auch gut zu bleiben. Warum? Weil ich kann Jesus noch dienen. Aber wenn ich jetzt nicht dienen müsste, wäre viel besser, bei ihm zu sein. Meine Frage ist an uns, ist das unsere Haltung? Oder sagen, am besten wäre, hier ein gutes Leben zu haben. Am besten wäre hier, alles nochmal in den Griff zu bekommen, alles in Ordnung, alles abzusichern, gesund zu werden und das Haus abzuzahlen und keine Ahnung, für die Enkel zu sorgen und was wäre alles am besten. Aber wäre auch gut, beim Herrn zu sein. Oder sagen wir, am besten ist es, jetzt sofort zu Jesus, weil dann hört endlich alles auf. Ist das unsere Hoffnung oder nicht? Und wisst ihr warum? Weil das gibt uns Kraft in unseren Leiden. Wenn wir diese Perspektive nicht haben, werden wir in unser Leiden uns verstricken und in Leiden versuchen, alles hinzukriegen und sagen, oh, nur da nicht leiden, nur das nicht, oh, das muss ich noch hinzukriegen. Oh, Jesus, das ist voll schlimm, wenn ich das erlebe und das ist so schwer und das ist so schwer. Die Perspektive, dass eigentlich in und durch den Tod wir die Erlösung bekommen, das ist so paradox, aber ich sage euch nur aus einem Grund und für wen. Für die, die in Christus sind. Denn die in Christus sind, darum wurde ihnen vorher eine gute Botschaft verkündigt. Warum? Dass wenn sie sterben, dem Fleisch nach den Menschen gemäß und ihnen die Leiden durchgehen und die Konsequenz des Todes erleben, dass in ihnen, nein, nicht in ihnen, sie leben, sie bekommen das eigentliche Gute, obwohl sie gestorben sind dem Fleisch nach. Und wir können sagen, endlich dem Fleisch nach. Bekommen sie das Eigentliche. Wann sehnt ihr euch am liebsten nach dem Himmel? Wenn alles so funktioniert in unserem Leben? Wenn wir gesund sind, wenn wir keine Anfechtungen haben, wenn wir keine Schwierigkeiten haben, wenn wir keine finanziellen Probleme haben, wenn wir keine gemeindeprobleme haben, wenn alles so läuft, dann denken wir, ach, jetzt ist ein guter Zeitpunkt in den Himmel, dann würden wir sagen, ihr Herr, lass uns doch ein bisschen hierbleiben. Ist doch gar nicht schlecht, läuft doch gerade gut. Ganz ehrlich, wir haben keine Sehnsucht in uns in dem Moment. Wir sind zufrieden. Was glaubt ihr, warum Leiden notwendig sind? Warum machen Leiden Sinn? Weil sie uns zeigen, dass dieses Leben nicht lebenswert ist. Ja. Wenn allein nur der Gedanke, dass der Herr uns in Leiden und durch Leiden hindurchführt, zeigt er und hält er uns ganz nah bei sich. Denn wenn wir nicht die Leiden hätten, würden wir sagen, Jesus, ich muss ja nicht zu dir. Weißt du was? Hier habe ich auch kein Problem. Hier habe ich keine Versuchen, hier habe ich keine Prüfungen, hier habe ich keine Schmerzen. Hier ist gut, Jesus. Ist doch gut. Lass uns hier bleiben. Allein nur dadurch, dass wir in und durch Leiden, ich kenne es selber, ich rede von mir, in guten Zeiten, nicht, dass ich die Hoffnung nicht habe, aber ich vergesse sie. Sie ist nicht präsent. Und dann muss ich nur in schwere Zeiten kommen. Und auf einmal merke ich, was in mir für eine Hoffnung ist und woran klammere ich mich? Ich sage, beim Herrn zu sein jetzt, am liebsten jetzt, oder? Liebe Geschwister, ich werde immer wieder gefragt, wie wird es im Himmel sein, wie wird es im Himmel sein? Viele wünschen sich Bibelarbeiten und nicht nur bei uns hier, sondern immer wieder Himmel, 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 Himmel so. Und ich denke mir mal, ich frage mich, was könnte ich sagen? Was könnte ich darüber lernen? Und ich kann euch eins sagen, allein das Wissen, oder es wird kein Leiden geben. Das alles, was du gerade erlebst und was dir so Mühe macht, wird nicht dein. Ist gut? Von Auseinandersetzungen der Pubertät der Kinder bis deine finanziellen Schwierigkeiten, Magenprobleme, Kopfschmerzen, Rückenprobleme, Krankheiten, die zum Tode führen. Naturkatastrophen. Keine Ahnung, wir können durchgehen. All das wird nicht mehr sein. Hört auf. Ist das nicht eine lebendige Hoffnung? Kannst du dir vorstellen, jetzt, du wirst ab, in dem Moment, wirst du nie wieder versucht sein. Könnt ihr euch vorstellen, jetzt, die Sünde wird dich nicht mehr angreifen. Keine bösen Gedanken, keine unreinen Gedanken. Keine Hintergedanken. Kannst du dir das vorstellen, wie schön das wäre? Kannst du dir vorstellen, nie wieder eine Sünde zu tun? Kannst du dir vorstellen, niemand, der dich blöd findet? Ich kann es mir nicht vorstellen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das wäre der Himmel auf Erden. Aber wisst ihr was? Das erwartet uns. Und jeder, der von dieser Erde abscheidet, jeder, der von dieser Erde geht, wisst ihr was auf ihn wartet? Genau das. Deswegen spricht die Bibel kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen, all das, richtig? Das ist Himmel. Abwesenheit von all dem, was uns das Leiden bringt. Das ist Himmel. Braucht ihr von mir eine Beschreibung von den Straßen und Laternen und den Häusern und den Wohnungen, die aus Gold sind? Das ist nicht der Punkt. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Das ist, was Petrus uns im Groben sagen möchte. Er sagt, warum, was hilft uns in den Leiden? Welche Gesinnung brauchen wir? Schaut mal, er sagt Folgendes. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat und im Fleisch hat er so gelitten, das hat ihn den Tod gekostet und seine Niederlage, der Tod, hat den Sieg hervorgebracht, den größten Triumph, den es gab. Dann sagt er, wappnet euch mit derselben Gesinnung. Habt das gleiche Denken, habt das gleiche Verständnis, habt das gleiche Prinzip. Jesus wusste, er wird in diese Welt kommen und was wusste er? Es wird ihm Leiden bringen. Er wird in einer Welt leben, konfrontiert mit der Sünde. Er wusste das und es wird ihn den Tod bringen. Er wusste das, er war nicht naiv. Was sagt er den Jüngern dreimal? Ich muss leiden, sterben und auferstehen. Das muss ich tun, das ist der Weg Gottes. Darauf hat er sich eingestellt. Aber er wusste, was danach kommen wird und darum war er bereit, es zu gehen. Und er sagt, das Verhältnis zu dem, was kommt, war das so. Ich mache das. Und Petrus sagt, wappnet euch mit derselben Gesinnung, mit dem gleichen Denken, mit dem gleichen Verständnis. Ihr braucht die gleiche Perspektive, die gleiche Strategie in euren Leiden. So wie Jesus in dieser Welt im Fleisch gelitten hat und durch den Tod den Siegerungen hat, so sagt er, das gleiche Denken brauchen wir auch. Wir müssen verstehen, solange wir im Fleisch leben, werden wir leiden. Aber wenn wir durch das Gleiche durchgehen und sterben, werden wir das bekommen, was Christus hat. Das ist unsere Hoffnung. Und er sagt, wappnet euch. Der Begriff ist ein militärischer Begriff. Das ist das Gleiche, was Paulus in Epheser 6 sagt, zieht die ganze Waffenrüstung an. Es bedeutet, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf ums Denken. Ich bin immer wieder, ich habe schon an manchen Stellen das gesagt, ich bin dafür überzeugt, dass unser Glaube ein Kampf ums Denken ist. Unser Leben ist ein Kampf ums Denken. Es ist kein Kampf in erster Linie mit Fleisch und Blut, mit unserem Körper. Es wird hier entschieden. Unser Leid an Körper in dieser Welt wird in unserem Kopf entschieden. Und es kommt davon, was denken wir? Was ist unsere Gesinnung dabei? Was ist unser Denken dabei? Was verstehen wir? Was denken wir? Wie denken wir über diese Dinge? Und Petrus sagt, er sagt, wappnet euch. Das heißt, seid bereit, diesen guten Kampf zu kämpfen. Die Leiden sind da und die Leiden werden kommen. Und bitte zieht oder nehmt diese Waffe in die Hand. Und er sagt, die stärkste Waffe ist die Gesinnung. Die fähigste, die wichtigste Waffe im Fall, das ist unser Denken. Da wird entschieden, wie wir aus dem Aus- und durch den Leiden hindurch gehen. Ob wir, und das werde ich jetzt in der nächsten Bibelstunde mit euch anschauen, ob wir im Fleisch gelitten haben und mit der Sünde abgeschlossen haben oder nicht. Was das bedeutet. In der nächsten Bibelstunde gehe ich mit euch da hin und gucken uns diese Wahrheit an. Aber mir geht es um das Grundverständnis hier. Ich hoffe, ich kann euch dafür gewinnen, für den auf seinen Seiten so erschreckenden Gedanken des Todes, dass der letztendlich der Höhepunkt im negativen Sinne des Leidens ist und das eigentlich für uns Christen, dass das die Erlösung ist. Ich will es euch vorstellen. Jetzt kommen Menschen, kommt zu Jesus und sie hassen ihn. Sie hassen ihn und versuchen ihn und wollen ihn umbringen und wollen ihn töten. Und wisst ihr, was Jesus gedacht hat? Macht. Wisst ihr warum? Ihr tut mir nur einen Gefallen. Und nicht nur mir, sondern der ganzen Menschheit. Warum? Weil das, was ihr denkt, mir Böses zu tun, wird für euch zur Rettung werden. Ihr denkt, das ist das Schlimmste, was ihr mir antun könnt? Das ist das Beste, was passieren kann. Dadurch wird die Sünde überwunden. Die Menschen ahnen nicht, und der Teufel ahnt nicht, er denkt, er hat gesiegt und merkt nicht, dass in seinem Sieg seine Niederlage war. Und Petrus sagt, in der gleichen Weise, Menschen werden euch hassen und sie werden euch verleumden. Ja, sie werden euch sogar töten, wollen und sogar manche töten. und sie werden denken, wir können ihnen das Schlimmste antun. Und sie werden nicht verstehen, dass sie euch einen Gefallen tun. Dass das Schlimmste, was sie euch tun, für euch das Beste eigentlich ist. Weil sie euch direkt zu Jesus bringt, direkt in die Herrlichkeit. Ich bin mir sicher und ich glaube daran, je nachdem, ob wir gläubig sind oder nicht, ob wir Kinder Gottes sind oder nicht. Ob wir ein Leben, ja, für die einen wird das das Dümmste sein, was sie je gehört haben. Die sagen, sowas Bescheuertes. Wie kann denn Tod was Gutes sein? Und die werden das nicht verstehen. Sie werden das nicht verstehen. Und zugleich werden es für die anderen wird das süß wie Honig sein. Wird das in den Herzen Glauben und Hoffnung wecken. Warum? Weil das eine lebendige Hoffnung ist. Ich bezweifle nicht, dass man Angst vor dem Tod haben kann. Aber ich glaube, dass für einen Christen, man kann sich sorgen um die Schmerzen. Um die Qual vielleicht. Ich verstehe das. Ich will das nicht. Meine Mutter ist krank. Was sie alles erleben muss. Aber wir haben etwas, was darüber hinaus geht. Wir haben eine Perspektive, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, die Konsequenzen der Sünde erleben. Das Fleisch ist unter die Sünde verkauft. Das Fleisch ist unter die Sterblichkeit verkauft. Es ist so. Und das Fleisch muss sterben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es sei denn, Jesus kommt und entrückt uns. Verwandelt. Aber es ist die Folge. Dem Menschen nach ist bestimmt einmal zu sterben. Das ist so. Aber die Hoffnung, Gott gemäß nach dem Geist leben. Und darum wurde uns das verkündigt. Das wurde uns gesagt. Das wurde uns als gute Botschaft schon verkündigt. Damit wir eine richtige Gesinnung, eine richtige Perspektive im Leiden haben. Wenn Petrus also sagt, dann und Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch mit derselben Gesinnung. Dann glaube ich, dass er eben das versucht, ihnen deutlich zu machen. Schaut euch, warum hat Jesus gelitten, wie hat er Jesus gelitten und was ist dabei rausgekommen, mit welchem Ziel, mit welchem Sinn hat er das getan. Und wenn ihr das begreift, wenn ihr das glaubt, dann haltet das ebenso. Habt diesen Glauben in euch. In der nächsten Bibelstunde, nächsten Mittwoch möchte ich mit euch, dann gehe ich mit euch weiter und wir werden uns das anschauen, was hat das mit Leiden, mit der Sünde zu tun. Was bedeutet das? Wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Was meint Petrus damit? Und dann gehen wir die Verse weiter und schauen uns noch eben das an. Leben in Begierden der Menschen und Leben im Willen Gottes wird gegenübergestellt. Wie leben wir noch die Zeit hier im Fleisch? Worauf kommt es an? Wie können wir hier im Fleisch leben im Willen Gottes tun und nicht eben der Sünde? Wie geht das? Das möchte ich mit euch einfach noch in der nächsten Bibelstunde noch anhand diesem Abschnitt mit euch anschauen. Und ich habe mir vorgenommen, heute nicht zu überziehen. Ich habe es geschafft. Wir stehen auf zum Gebet. Und Jesus, wenn ich jetzt alle Schwachheit versucht habe, das zu lehren und zu predigen, von dem ich überzeugt bin, dass das in deinem Wort steht, so stehe ich jetzt und weiß, dass das immer noch nicht genug war und immer noch nicht in der Tiefe und immer noch nicht in den Worten, die eigentlich in meinem Herzen sind und die in mir so eine herrliche Hoffnung schaffen, so bitte ich dich, dass du durch deinen Geist das bestätigst, weil dein Geist ist der Lehrer und dass du durch diese Worte und durch diese Gesinnung Christi in uns diese Hoffnung wächst und dass du uns die Kraft gibst und diese Perspektive in und durch die Leiden dir nachzufolgen. Du hast uns ein Vorbild hinterlassen und nicht in Ungewissen gelassen, denn du bist auferstanden und hast den Tod besiegt und der Leib der Sünde abgetan und der Leib der Herrlichkeit angezogen und wir haben diese Hoffnung in uns, dass auch wir das erleben werden. Diesen Glauben. Ich habe es. Und ich bitte dich, Herr, richte uns auf dich aus. Herr, dass wir wegschauen von dieser Welt und hinschauen auf dich. Ja, bitte dich vom Herzen her. Und lass uns dadurch in dieser Welt von dieser Hoffnung Zeugnis sein. Wir haben etwas, was die Welt nicht hat. Wir haben etwas so Kostbares. Wir haben eine Hoffnung, die sie niemals haben können. Herr, lass uns doch von dieser Hoffnung in das Zeugnis gehen, dass noch viele diese Hoffnung auch haben können. Ich bitte dich das in deinem Namen. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!